Erzählt ihr doch mal beide was zu diesem Thema. Ihr habt ja ein Buch geschrieben, seid jetzt gerade dabei, die zweite Auflage. Ihr seid die Obergurus, sag ich mal wirklich, in Pflanzenmedizin, schamanischer Pflanzenmedizin, zumindest in der westlichen Welt und bringt uns dieses Wissen nahe. Oha. Wo fangen wir an? Vielleicht fange ich einfach mal kurz an mit der Vorgeschichte, wie es zu dem Ganzen gekommen ist. Christian hat ja vor mittlerweile fast 24 Jahren das, wie ich finde, weltweit wichtigste Standardwerk zu den Psychotropenpflanzen veröffentlicht, die Enzyklopädie der psychoaktiven Pflanzen. Und ich habe mit diesem Buch unendlich viel gearbeitet und das war mir eine der größten Inspirationen überhaupt, einfach auch eine der größten Informationsquellen, die mir zugänglich waren und auch Startpunkt zu vielen anderen Themen, die ich dann damit en Detail ausarbeiten konnte. Und irgendwann vor einigen Jahren saßen Christian und ich mal zusammen und ich habe zu ihm gesagt, du, ich habe wahnsinnig viele neue Sachen gesammelt, Papers, Bücher, Studien, alles Mögliche. Wie wäre es denn mit einem zweiten Teil der Enzyklopädie der psychoaktiven Pflanzen, einem Ergänzungsband? Und dann sagte Christian zu meiner großen Freude, ja, mach doch mal. Und so haben wir uns dann letzten Endes zusammengefunden und das Ganze dann auch zusammen ausgearbeitet. Der Band 2 war geplant, im November zu erscheinen, im AT-Verlag in der Schweiz, auch eine Lizenz-Teilauflage im Nachtschattenverlag, ebenfalls in der Schweiz. Das wird jetzt wahrscheinlich aufgrund der Covid-Geschichte so nicht hinhauen im November. Der Verlag ist aber auf Hochtouren dabei, das Buch zu produzieren. Wir haben wahnsinnig viele neue Pflanzen, neues Wissen, Pilze, Bakterien und so weiter und so fort zusammengetragen und dort verdichtet in hunderten neuer Monografien. Und Christian hat einen unglaublich umfangreichen Teil zur Kulturgeschichte der Psychotropenpflanzen und Pilze verfasst. Ja, und das alles wird jetzt den Band 1 kompletieren und letzten Endes das Standardwerk noch wichtiger, noch gewichtiger, noch umfangreicher machen, als es ohnehin schon ist. Ich bin sehr froh, Markus, dass du mich das gefragt hattest, weil ich hatte immer das Gefühl, eigentlich müsste ich das nochmal aktualisieren, aber ich schaffe es kräftemäßig nicht mehr. Also, und deswegen haben wir es zusammen gemacht und das war natürlich ein guter Stimulus für uns beide auch. Und ich habe die Sachen, die ich über 20 Jahre in meinen Dateien gesammelt habe, an neuen Informationen aufbereitet. Und na ja, wir haben alles Mögliche, was eigentlich bis zur Publikation noch relativ unbekannt sein wird, gemacht. Und ich bin sehr froh auch über dieses eine Schwergewicht über die psychoaktive Kultur, weil es geht ja darum, nicht nur die Pflanzen zu kennen, sondern es ist ja auch die Frage, wie kann man mit ihnen umgehen? Was kann man von ihnen lernen? Wie kann man das Gelernte in sein eigenes Leben integrieren? Wie kann man wegkommen von einer konsumorientierten, kapitalistischen, superausbeuterischen Welt, die die Natur zerstört, hin zu einer persönlichen Anteilnahme an der Natur, zu der wir ja auch gehören. Und es ist total wichtig, dass das immer wieder klar wird. Das machen wir nicht aus Jux und Dollerei, sondern weil das ein unglaublich wesentlicher Teil der Natur ist und die Anwendung und die Geschichte mit diesen Pflanzen sehr, sehr viele kulturelle Methoden oder Blickrichtungen darauf geworfen hat. Und es ist einfach schön, das Faszinierende an der Natur zu vermitteln. Und dazu eignen sich psychoaktive Pflanzen und Pilze sehr. Denn wenn man mal eine psychedelische Pilzerfahrung gemacht hat, wird man auf jeden Fall einen anderen Blick auf die Natur haben. Und dieser andere Blick wird wahrscheinlich sehr bereichernd sein. Und man wird sich auch plötzlich für Pilze allgemein interessieren. Denn es gibt ja nicht nur Pilze zur Berauschung, sondern auch zum Essen und Pilze als Medikamente. Und es gibt jetzt die ganzen tollen Anwendungen für die Entgiftung von Böden und solche Dinge. Und Pilze als Tonika, Aphrodisiaka und Pilze für die Lust und die Liebe. Das hast du schön gesagt. Leider sind diese Psychedelika ja auch verboten in unseren Breitengraden. Das ist ja immer ein bisschen schwierig, auch darüber aufzuklären. Ihr seid ja wirklich trotzdem die Mutigen gewesen, die damit trotzdem rausgegangen sind. Wie kann man das denn jetzt so ein bisschen, dieses Thema entthematisieren? Also, dass das wirklich einfach auch wieder mehr in der Medizin mehr Bedeutung bekommt. Also, ihr untersucht ja auch die Stoffe, die da drin enthalten sind. Wisst ihr, wie sich das wirklich auf das Gehirn auch auswirkt? Das weiß keiner in Wirklichkeit. Das sind alles nur Modelle, was im Gehirn passiert. Auf jeden Fall ist es so, dass wir Rezeptoren in unserem Gehirn haben, die darauf angelegt sind, die Wirkstoffe von psychoaktiven Pflanzen und Pilzen aufnehmen können. Die docken sich an die Rezeptoren an, weil die Rezeptoren so gebaut sind, so angelegt sind, dass diese Moleküle da reinpassen und unserem Nervensystem eine ganz neue Perspektive geben kann. Ja, auch unserem Nervensystem einfach Möglichkeiten eröffnet, und über diese Wirkstoffe mit der Pflanzenwelt direkt zu kommunizieren. Das hört sich so magisch an. Genau, für die, die das nicht wissen, die können das natürlich noch gar nicht nachempfinden. Aber man taucht ein in eine Welt, in eine andere Dimension, die außerhalb der Realität liegt. Außerhalb der normalen Realität. Außerhalb der Alltagsrealität. Der Alltagsrealität. Des Alltagsbewusstseins, kann man sagen. Weil Realität ist ein philosophisches Thema. Da müssten wir dann einen eigenen Talk zu machen. Das stimmt allerdings. Du hattest ja eigentlich zwei Fragen gestellt. Deine Eingangsfrage war, wie kann man das Thema der Psychedelika so ein bisschen enttabuisieren in der Gesellschaft? Ich bin der Ansicht und beobachte, dass seit einigen Jahren, dass sich das Thema gerade von selbst enttabuisiert. In den USA, von wo auch das ganze Hanebüchen und unsägliche Drogenverbot losging, da weicht es sich ja allmählich wieder auf. Erste Städte und Gemeinden sind dazu. Und aber auch Bundesstaaten gehen dazu über, die psychedelischen Transmitter zu entkriminalisieren. Das heißt, die Staatsgewalt wird angewiesen, das nicht mehr zu verfolgen. Zumindest nicht mit Priorität A, wie das bislang der Fall gewesen ist. Und wenn man sich fragt, wie kommt das eigentlich, dass es sich auch von selbst enttabuisiert, dann muss man antworten, das liegt wahrscheinlich an der Zeit. Heutzutage ist es einfach nicht mehr möglich, dem Volk diese Drogenpropaganda oder die Propaganda des War on Drugs einfach so zu verkaufen, weil die Leute sich heute im Zeitalter des Internets und wachsender Literatur einfach informieren können. Und das war vor 20, 30 Jahren oder noch früher auch nicht so einfach ohne weiteres möglich. Da mussten die Leute glauben, was in der Tagesschau gesagt wird oder was in der Zeitung steht und hatten nicht wirklich Möglichkeiten, die Propagandamärchen zu entlarven. Heute ist das ziemlich einfach. Und deswegen, denke ich, lassen sich die Menschen das nicht mehr so verkaufen, dass jede Droge, jede sogenannte Droge automatisch zu Siegtum, Kriminalität, Abhängigkeit und Krankheit und so führt. Das ist, glaube ich, Und gerade wir erleben ja auch wirklich, dass speziell auch gewisse Substanzen gerade eingesetzt werden, um das Suchtzentrum zu regulieren. Ja, also das ist ja gerade bei DMT und Mescalin, dem sagt man das ja auch nahe, dass man da noch wirklich wenig Verlangen hat auf Alkohol. Ja, also deswegen, aber man muss das natürlich auch therapeutisch integrieren, ja. Das muss man nicht therapeutisch integrieren. Man kann es, beziehungsweise wenn man mal detoxen will. Das ist ein Aspekt der psychoaktiven Substanzen, dass sie therapeutisch nutzbar sind. Aber man kann sie auch nutzen, um den Menschen von der Pflanze lernen zu lassen, wie schön es ist, wenn man sich gegenseitig versteht, schätzt, respektiert und am Leben lässt. Und es ist so, dass diese Erfahrungen mit diesen Pflanzen und Pilzen, die haben ein viel breiteres Spektrum als nur die Therapie. Sie sind nämlich auch dazu in der Lage, die Wissenschaft zu bereichern durch neue Einblicke, die davon ermöglicht werden und die Spiritualität überhaupt erst hervorrufen und erzeugen und damit einen neuen Weg des Lebens eröffnen, der mit gezielten weiteren Erfahrungen immer tiefer in den Menschen eindringt und in die Gesellschaft damit auch. Und dann verändern diese Pflanzen auch die Gesellschaft, denn zum Beispiel glaubt man nicht mehr alles, was Vater Staat so sagt. Also die Rebellion in Geiste ist auch Teil davon und die ist auch wichtig, weil wenn wir in einer angeblichen Demokratie leben und in einer angeblichen Religionsfreiheit, also damit ja auch in einer Freiheit von Religion, dann können wir unsere selbstgewählten durch Pflanzen und Pilze begradigten Weg der Spiritualität nicht weiter verfolgen und damit wird unser Grundrecht auf Würde, auf Leben eingeschränkt.